Görlitz. Der Marienplatz ist der zentrale Platz in Deutschlands östlichster Stadt und beliebter Treffpunkt für Einheimische wie Touristen. Doch nach den aufwändigen Gebäudesanierungen fehlten in Zeiten knapper Haushaltskassen auch hier die Mittel, um den Platz als lebendiges Zentrum der Innenstadt entsprechend attraktiv zu gestalten. Mit Unterstützung der Allianz Umweltstiftung hat der Marienplatz im Jahr 2002 dann doch ein neues Gesicht bekommen. Bäume, Blumenbeete und ein Brunnen mit einem flachen Wasserbecken, das an den früher hier verlaufenden Wassergraben der Stadtbefestigung erinnert. Der Marienplatz in Görlitz. Moderne Landschaftsarchitektur zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017